Einen wunderschönen Wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dutch by Daylight. Kill her! So, Mini- Hi! Wo ist er denn? Mini-Golf-Challenge mit Monrio? Aha! Wurde ausgewiesen. Ich glaube, das ist auch die einzige, die keine Taschen haben wir dabei hat. Im Übrigen. Uah! Uah! Mhm. Mhm. Das war der Aufsicht. Das wurde los. Ah, was hab ich geklappt? Ab hinten kam. Ich hab mich noch nicht einmal teleportiert. Ich hab mich noch nicht einmal teleportiert. Fangen wir mal an. Huch, abgerutscht. Was ist denn? Hier. Bin ich dir zu klein? Das war's. 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 Ja, ha, 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 ha! Nein, ja, die brauchen, du hast noch zwei Generatoren, einen Generatoren. Warum wollte ich dich eigentlich nicht jagen? Warum so scheiße? Ich kann das Lupen nicht! Ah! 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 Nehmt ihr eure Griffel von dem? So, die sind echt verdammt gut organisiert, muss ich sagen, also... Richtig gut. So, die sind echt verdammt gut. So, die sind echt verdammt gut. Schade, dass ich keinen Nold habe. Da wurden sie jetzt alle schon liegen. So, die sind echt verdammt gut. Na, schade. So, die sind echt verdammt gut. Muss ich nochmal ran. Schade, schade, schade. Okay, es ist ja okay. Bin ja gar nicht so. Verloren ist verloren. Also, was heißt verloren? Im Prinzip habe ich ja nicht verloren. Ich habe mehr Punkte als alle anderen. Und ich gehe fast davon aus, dass es auch eine SWF war. Fast. GG. Und euch wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich natürlich auf die nächste Runde. Und das bei den Leuten geht allein. Sahin. Ciao.